Abo-Special für mich gemacht, ein Best-of von mir und ihm, was er für mich erstellt hat, meine Freunde. Und ich würde sagen, wir schauen uns das mal ganz kurz an, Alter. Keine Ahnung, was abgeht, Alter. Ihr habt's noch nicht. Wenn das mit dem Emote noch nicht da ist, meine Freunde, dann kann es sein, dass das gerade nur am Handy verfügbar ist. Deshalb dauert das ein bisschen. 4K-Viewer, ich mach Stream an 4K-Viewer. Kuss, Alter, krank. Wir gönnen's ganz kurz das Video von Alphastein rein, dann hat das von Julien Bam. Ihr kennt mich, Leute. Bisschen React-Content muss sein. Review-Gang muss auch leben, ne? D-King braucht auch Weihnachtsgeld. Und danach, meine Freunde, können wir direkt anfangen eigentlich mit, ähm, die ganze Zeit hier drin, Leute. Das heißt, ich mach's einfach so schnell. Und ich mach mal ganz kurz hier die Subs aus. Ich muss das gleich nochmal ein bisschen in der Browser-Stose umändern. Wir gönnen's auf jeden Fall jetzt erstmal ganz kurz rein, was abgeht, Leute. Danke für die Prime-Stats, Free-Man-Play, Leumann, Suri-Jange, Deadpool-Boy, Alles-Sind-I-M-E-S-T, TDS, Jamie, Macgeil, Jopschi, V-Lunch, The Shadow Walls, The Razor. Vielen Dank, Leute. Ausrüst den Schein, äh, wahrscheinlich. Ausrüst den Prime-Chat, dann reingönnen, auf geht's. So, Alpha-Stein, was hast du für mich gemacht? Let's go. Mein Gott, Leute, die Ereignisse immer schlagen sich. Unser bester Kuppel- und Ernstfeind, Revier. Was für Ernstfeind, du Missgeburt, Alter. Drei Millionen Abonnenten erreicht. Oh mein Gott, hier, einfach Reviers Kanal. Er hat einfach drei Millionen Abonnenten geknackt. Drei Millionen. Ey, Leute. Ich bin ja auch schon mega lange bei ihm dabei gewesen und so ein paar Videos und so. Ich glaub, unter zwei Millionen Abonnenten hatte ich ja damals, wo ich da mitgemacht hab. Und jetzt hat er einfach drei Millionen geknackt. Ey, herzlichen Glückwunsch, Revier, wenn du das Video siehst. Dieser behinderte Stein, Alter. Dieser behinderte Stein, Wallah. Wir sind gute Freunde, äh. Wir haben auch viel zusammen gemacht und so. Und deswegen hab ich mir überlegt, ja, ihr seht es gleich, habe ich ein Best-of mit mir und Revier zusammengeschnitten. Kann nur unangenehm sein. Wenn ich gleich diesen Quark wieder auskotze, Alter, dann wisst ihr, warum. Ich hab einfach so viel erlebt und ich will euch einfach zeigen, wie cool die ganze Zeit war. Bis hierhin jetzt. Bis zu drei Millionen bei Revier. Ich hab mir sogar auch schon eine Million geknackt. Hehehe, yeah. Aber, Leute, drei Millionen ist doch mal eine andere Zahl. Alter, das ist zu krank. Viel Spaß jetzt, Revier. Mit dem Best-of von uns beiden. Ich weiß. Leute, ich schwör's euch, Leute. Alphastein, auch wenn man das nicht glaubt, auch wenn der Typ wirklich der gestörteste und belastendste Charakter ist, den ich jemals kennengenlernen musste. Er hat trotzdem ein reines Herz, Alter. Das ist ein echt lieber Kerl, muss man einfach mal sagen. Trotzdem hätte ich ihm noch zwei weitere Strikes gegönnen aus deinem Kanal, damit er gelöcht wird. Hehehe, es ist so komisch, zu wissen, dass du das Video siehst. Hehehe, ich hoffe, dir geht's gut, mein bester Freund. Junge, ich guck mir nie Videos von Alphastein an, genau aus dem Grund. Gelöcht mit CH, ihr wisst es, meine Freunde. CH in den Chat. Hehehe, egal, viel Spaß. Los geht's. Hallo? Oh mein Gott. Der erste Moment, wo Alphastein reinkam, absolut belastend. Ich kann gar nicht, ja? Hehehe, das ist so eine Scheiße. Was kannst du? Hehehe, was soll ich können? Ich weiß, wer das ist. Weiß er? Das ist Alphastein. Hehehe, ich bin das nicht. Hehehe, das ist so eine Scheiße, Mann. Kannst du, hast du irgendwie Internet? Ich weiß, 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 ich weiß. Weiß Zeit von Wrecking Ball, what the fuck, Leute, what the fuck, Mann. And you boy, you jump? Alter. Never ask him, why? Ich hab früher richtig drüber abgekriegt. Guck mal, über was wir früher gelacht haben heute, Leute. Heute lache ich nur noch, wenn irgendwer vor mir stirbt, dann finde ich das witzig. Was ist mit meinem Humor eigentlich abgegangen, Alter? Halt mal Akane in die Kamera, halt doch mal dein Pimmel in die Kamera, Junge. Das ist ein Tier und kein Objekt, what the fuck, außer Mr. Grant, nicht hier, sondern oben. Warte, der Krupp, der Krupp. I can't live with my one day, come my life, I will always want you. I can't live with my one day, come my life, I will always want you. I never hit your high, I can't live with my one day, come my life, I will always want you. Gamers Time, oh mein Gott, das ist dieses Video einfach kleines Time, das hier, meine Freunde. Drei Millionen Aufrufe oder sowas, insane, insane, verstehe ich nicht. Alter, ist das wieder laut, man macht das aus, du Spaß, die. Ja, was geht, Sam. Damals mehr Bartwig gab das heute, ja. Schrei dich doch, ich muss dich jetzt schon wieder leichter machen im Teamspeak, Alter, du bist. Mein Kanal, Alter, beschreib euch. Alter, deine Fresse, Mann. Boah, Junge. Geil, man kann natürlich den Boden nicht ändern, hier nochmal Props an das Team vom lieben Mindplex Server. Du bist nicht fucking Simon-Dest, you. Was ist denn dein Kumpel? Ich bin fucking Simon-Dest. Damals bessere Frisur, ich fick dir gleich bessere Frisur im All-Lummer. Ähm, äh, ja, ich habe den Chef und äh, habe auch jetzt die Rechte an der Nationalhymne. Amerika, du bist so schönes Land. Stein, was ist das hier alles? Zieht euch das mal rein, Leute, zieht euch das mal rein, Alter. Zieht euch das mal rein, was, äh, was ich mir damals für'n, für'n Crack reingezogen hab. What the fuck, Alter, what the fuck, Mann. Äh, 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 ich habe gekauft, äh, 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 äh. Stein, du hast unser komplettes Geld dafür ausgegeben, was ist denn mit dir? Äh, Stein, was ist das hier alles für's? Guckt euch das, äh, Stein, hör auf damit, hör auf, Stein, hör... Schuuu, Leute, was geht hier? Leute, ich schwöre, Alter, beste Qualität gab es ja früher. Ich schwöre, du kriegst gleich je komplett. TNT war's, Mann. Hallo, mein gutester Luca, schön, dass du hier bist. TNT Wars, Mann. Oh, nein. Oh, nein, es war Photoshop von Alphastein, Leute, jetzt, 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 jetzt. Instant Braindead, Alter. Instant Braindead. Leckend, dankeschön, Schnitzel auf Doom, dankeschön für die Subs. Außerzeichen, Prime Chat. War ein Jock, ich war da, nicht mehr... Ey, wack. So, ihr habt, ihr beide habt noch was auszudiskutieren. So, geil, ich hab einfach damals Overwatch Gameplay druntergelegt, Leute, weil ich dachte, spielen ja gerade viele, wird bestimmt bei jedem gut ankommen. Ne, war absolut nicht der Fall. Merkt ihr auch, wie jede Riesepause konsequent damals drüber, äh, dringelassen worden ist? Heute, meine Freunde, wird das hier alles auf zwei Sekunden runtergeschnitten. Was geht, Alter? Was geht, Alter? Was geht, Alter? Was geht, Alter? Was geht, ihr mich hat? I don't know. Was geht, Alter? Mein Papa? Nein, bis da. Bis da. Okay. Einfach zwei Alphasteins, Junge. What the fuck? What the fuck, Junge? Ihr könnt euch alle noch dran erinnern, Alter. Ihr könnt euch alle noch dran erinnern, Mann. Ihr wisst alle noch genau, was abgeht. Komplett der Chat gerade am Ausrasten, Alter. Ich seh das hier gerade. Ihr wisst alle noch genau, was abgeht. What the fuck, Leute? What the fuck, Mann. Too funny. Too funny. Ach gut. Okay, gut, Leute. Also, das ist auf jeden Fall... Kommt nochmal ganz auf vier. Die Alphasteins Familie einfach. Guckt mal, Leute. Wisst ihr? Das hab ich... Niko, Dicker, danke für die tausend Bits. Kuss auf dein Auge, Mann. Das hab ich früher in Alphastein immer geschätzt. Er war einfach... Ist immer noch ein genuine funny guy. Ich weiß nicht genau, warum ich ihn lustig finde. Wegen seiner Crack-Stimme. Es ist alles. Es ist diese Crack-Stimme. Es ist seine Art. Es ist dieser In-Game-Humor, Alter. Alphastein schafft es, dass ein scheiß Minecraft-Skin... What the fuck, Alter? Ein Minecraft-Skin lustig aussieht. How the hell? Alphastein ist wirklich in gewisser Art und Weise... Das will ich jetzt nicht zugeben, aber er hat ein komödiantisches Dasein. Und trotzdem ist seine Daseinsberechtigung bei weitem längst überholt. Alphastein abschaffen, rückbauen, ganz schnell. Kinder, aufstehen! Oh, Mann, Leute. Erste Folge hustet, Daddy. Aufstehen, verfigte Scheiße! Stehen auf, du mal! Wir waren auf, du mal! Wisch! Wisch! So. Schaut mal hier. Papa war einkaufen. Fuck, Mann. Da hab ich dir immer noch meine Videos geschnitten, Alter. Gut, dass ich jetzt reich bin, dass ich das nicht mehr machen muss, ne? Haha! An der Stelle, meine Freunde, Ausrufezeichen Prime in den Chat. Ihr wisst Bescheid. Papa war... Hey! Hört auf! Hört auf zu streiten! Hört auf! Hört auf! Hört auf! Okay, steu ich jetzt ran, ja? Ja. Okay. Oh mein Gott, ganz am Anfang noch YouTube-Haus, Alter. Okay, dann setze ich... Frage! YouTube-Haus damals, Leute. Nicht dein fucking Ernst! Stinks, who's your daddy? Who's your daddy, man? Was ist eins? Was ist eins? Scheiße, Bruder. Hast du das gelernt? Eins. Eins. Scheiße. Zwei. Drei. Ey, Gott, ey! Nichts noch mehr essen, Leute! Ja, 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 komm hier, Alter! Ich schwöre, seine Stimme früher, Leute. Die war ja mies belastet. Wirklich, diese Mikrofonqualität, Alter. Das hatte ich ange... Ich schwöre, jeder... Jeder besipfte Joghurtbäsche, Alter. Klingt besser als dieses Rotz-Mikrofon, was Alpha-Ständer damals hatte. Wirklich, das war wirklich... Das war einfach echt... Das war Folter für die Ohren, Mann. Das war Folter für die Ohren, what the fuck. Hier, Fortnite. Da kommt jemand. Der ist gerade über. Ich hab alles, ich hab jeden Tag ein Stall und roll durchs Leben. Deine Schnauze, Alter, Mann. Einspruch auf mein Mensch. Perfekt, Perfekt, Alpha-Stein. Alles klar, yeah. Die absolute Sch... Guckt mal, Leute, wie ich damals noch meinen Hintergrund designt habe. Ich dachte einfach, eine Papierlampe, so weiß... White Big... Genau, White Dick. White Bitch Basic-Syndrom. Mach ich mir so eine Lampe und so eine Ikea-Pflanze dahin. Hat perfekt gepasst. Das war so... Wow, Alter, das war groundbreaking. Wackenrund... Oh, Mann, Alpha-Stein, halt den Mund, Mann. Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind hier wieder gemeinsam mit dem... Wir sind hier wieder gemeinsam mit dem... Wir sind hier wieder gemeinsam mit dem... Wir sind hier gemeinsam mit dem guten Evive-HD. Was genau? Wieso war ich denn damals freundlich zu Evive, Alter? Was war das denn für eine Zeit? Alpha-Stein, so, den holen wir mal zurück. Alpha-Stein, kannst du dich erstmal bitte beherrschen? Kannst du dich bitte beherrschen? Gut, ich... Was haben wir denn hier? Alpha-Stein, wenn du mit dem... Gut, also eigentlich ist das Ganze hier echt nur... Na, wie geht's dir? Was hast du? Das ist noch ein Schnauze. Ich schwör, Leute, da musste ich wirklich abkacken. Da ging's nicht anders, da ging's nicht anders, Mann. Das ist ja... Guckt euch diese Szene an. Bist du die neue Putzfrau? Ja, hallo, na, du bist ja ein Süßer. Ja, ich geh mein Zimmer putzen, ja. Ich kann immer noch darüber lachen, Alter. What the fuck, Mann. Schaut euch diesen Skin an. Schaut ihn euch genau an. Mit dem behaarten Bein. Nee, da hab ich doch Scheiße. Das wär's nicht anders, ja. Sind das... Leute, ich schwör. Ich fand's... Ich find's immer noch witzig. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum. Alphastein ist so brain-dead. Wer da nicht abkackt, ist selber schuld, Alter. Revi Akkani funktioniert nicht, wenn du kein Sub bist, Bruder. Da an der Stelle mal den Prime Sub nutzen, wa? Schöne Kinder. Danke. Du mit dabei bist heute... Oh, ich weiß nicht... Oh, ich weiß nicht, was mich... Wieso? Wieso tust du mir das an? Das Gute ist aber, meine Freunde, Alphastein ist auch nur in der Kombination mit mir lustig. Seine eigenen Videos sind absoluter Konze. Aber mit mir geht das echt gut, klar, weil er mich einfach nur abfuckt. Ich find, das ist wirklich... Das hat irgendwie was. Das ist einfach eine witzige... Eine witzige... Ähm... Ich hab's Wort vergessen. Perfekt. Alphastein, lass uns doch jetzt einfach zusammen einen Win holen. Wir spielen heute wieder Fortnite. Mit dabei ist heute Alphastein. Ich werde jetzt hier alle disliked wegen mir. Was? Die Videos werden gedisliked wegen dir? Ja. Ja, mit deiner kranken, widerlichen Stimme ist es doch absolut... Ich bin mit mir auf. Ja, nein, es macht ja... Ich bin mit WhatsApp auf. Witzig fallen. Anjubel. Leute, wir spielen wieder eine Runde Fortnite. Ich bin zurück, Freunde. Ich weiß, du hast mich verbunden. Alter, Junge. Also, Leute, schaut euch das Video auf jeden Fall selber nochmal an. Alphastein hat sich auf jeden Fall die Mühe gemacht, Digga. Und alle Clips runtergeladen bei mir. Danke für den Copyright-Deepshot. Es gibt auf jeden Fall einen Strike auf deinen Nacken, mein Bruder. Vielen, vielen Dank dafür. Danke für deine 3 Millionen Shoutout an der Stelle hier. Vielen, vielen Dank, Mann, Leute. Und jetzt an der Stelle kann man einfach nur nichts anderes tun, als mit Prime reinzusuppen.